Es fühlt sich richtig an. Ich glaub an Sayoris Zimmer do. Sayori? Aufstehen, Kleiner! Keine Antwort. Ich wollte wirklich nicht einfach so das Zimmer betreten. Verletzt das nicht, die Privatschere, eine Person. Aber sie lässt mir ja keine andere Wahl. Ich öffne vorsichtig die Tür. DDRC-Mod, a brand new day. Guter Mod, für alle, die schon DDRC durchgespielt haben. Nur für einen kurzen Moment. Mehr an dich. In Ordnung. Lass mich nur kurz aufstehen. Wenn du wirklich davon überzeugt bist, dann solltest du auch wissen, dass es überhaupt meistens die Jungs gibt, die auf einen Körperbau wie deinen stehen. Der Kuss ist ja noch klumpig. Steckst du dich überhaupt an? Naja, schon. Es dauert halt nur etwas länger. Oh man, wenn du das so machst, werde ich noch die ganze Nacht hier sein. Hier, schau zu. Nasky nimmt mir den Schneebissen aus der Hand und kippt die Schüssel mit der anderen Hand etwas nach hinten. Außerdem, ich muss hier ab diesem Punkt sagen, was jetzt kommt, Nasky ist 18 Jahre alt. Erich, Charakter in this game is 18 years old. Okay? PSA over. Siehst du? Zur Bestätigung steckten Nasky einen Finger in die Masse und leckten genüsslich ab. Ich schicke mich widerwillig an, es ihr nachzumachen. Hey! Nasky greift mich abrupt am Handgelenk. Ich will auf keinen Fall deine dritten Finger in meinem Zuckerguss. Deinem Zuckerguss, was? Hast du schon vergessen, wer hier die ganze Arbeit gemacht hat? Ich käffe gegen ihren Griff an und versuche meinen Finger in die Schüssel zu stecken. Du willst doch hauptsächlich nicht, dass ich dich als nächstes grün und blau schlage. Das würde ich ja nur zu gern sehen. Ich drücke feste, gerade weit genug, sodass mein Finger den Guss berührt. Hier umführend schaufle ich etwas von der süßen Masse auf meine Finger, während Natsuki im selben Moment mit aller Kraft an meiner Hand zieht. Ah! Natsuki zerrt zu kräftig an meiner Hand, dass ich mein Gleichgewicht verliere und sie auch ins Storchling gerät. Ekelig! Jetzt ist es an meinem Gesicht gelandet. Und wessen Schuld ist das? Auf Natskis Wange klebt ein großer Klumpen Zuckerguss. Sie versucht das mit ihrer Zunge zu erreichen, aber es gelingt ihr nicht. Ah, Mann! Weißt du was? Nimm das! Stattdessen wischt Natsuki den Zuckerguss mit ihren Fingern ab, bevor sie mir damit von meinem Gesicht herumfuchtelt. Das hättest du wohl gern. Ich bin schneller. Ich packe ihr Handgeleck, bevor sie mein Gesicht erreichen kann. Natsuki versucht sich mit der anderen Hand zu werden, aber die halte ich ebenfalls fest. Also! Bang! Stop! Stop! Erst musst du dich dafür entschuldigen, wenn das so ist, dann sollte ich das wahrscheinlich auch nicht tun. Ja, solltest du nicht! Ich nehme Natsuki's Finger, stecke ihn mir in den Mund und lecke den Zuckerguss ab! Was? Hast du gerade wirklich? Als endlich fertig sind, stellten Natsuki alle Cupcakes zusammen, damit wir unser Weg bewundern können. Schau doch, wie es hübsi heilige Woll zusammen aussehen! Ja, das stimmt. Äh, ich wünsche, ich könnte jetzt einen probieren. Ich wüsste keinen Grund, warum du das nicht tun könntest. Dagegen ist doch nichts einzubinden. Ähm, ja, aber mein Vater kocht euer Abend. Ich darf mir also nicht den Appetit verderben. Werden Sie wieder Instagram-Nudeln? Haha, in dieser Hinsicht ist der Joli das komplette Gegenteil. Wenn sicher wäre, hätten wir wahrscheinlich schon 10 Cupcakes verdrückt. Hätte sie wahrscheinlich schon 10 Cupcakes verdrückt. Und dann würde sie anschließend noch zu Abendessen. Komm schon, das ist doch ungesund. Wenn mein Vater kocht, muss ich außerdem so viel davon essen, wie ich kann. Ja, egal. Ich meine, Instagram sind ja natürlich gut, aber so viel ist auch nicht gut. Ich meine, das ist auch der Grund, warum sie so... So, 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 so. So, 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 so. Schwärste Entscheidung. Nee, Jori, ich liebe dich. Ja, das sind meine wahren Gefühle. Daher ist es ganz unmöglich, dass du mich mehr magst, als ich dich... Das hätte mir schon viel eher klar sein sollen. Aber nachdem ich Zeit mit all den anderen im Club verbracht habe, neue Freundschaften geschlossen habe und jeden Tag viel Spaß mit dir gehabt habe, ist mir bewusst geworden, dass du wirklich die wichtigste Person für mich bist. Daher werde ich all deine Lasten mit dir tragen, solange wir es so wie jetzt jeden Tag weitermachen. Mit dir an meiner Seite. Weiß ich, dass wir beide glücklich sein werden. Oh man. Je. Seyori umarmt mich plötzlich fest. Ich klopfe an Seyoris Zähmeteur. Seyori? Aufstehen, Kleiner. Keine Antwort. Ich wollte wirklich nicht einfach so das Zimmer betreten. Will jetzt das nicht, die Befaziere. Eine Person. Aber sie lässt mir ja keine andere Wahl. Ich öffne vorsichtig die Tür. Seyori. Willkommen zu DDRC plus Motherfischers. Oh. Auch das geht um. Nice. Und trotzdem konnte ich nichts tun. Nicht tun, was sie von mir gebraucht hätte. Und jetzt kann ich es nie mehr gut machen. Nie mehr. Nie mehr. Nie mehr. Nie mehr. Nie mehr. Und damit ist das Spiel vorbei. Das Ende von Doki Doki Litcho Club Plus. Das Spiel ist nicht so gut. Das Spiel. Oh. 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 Hallöle. 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 Es ist nur zum Teil deine Schuld. Ich bin sorry. Ich bin sorry, Game. Du bist nicht so völlig noch auf der Suche nach einem Club für dich? Äh. Ich denke schon, aber... Wenn das so ist, könntest du mir dann einen riesigen Gefallen tun? Ich würde dich ja nicht bitten, dass du bei uns mitmachst, aber... Wenn du wenigstens einmal in meinem Club vorbeischauen könntest, würde mich das sehr glücklich machen. Bitte? Ähm. Tja, ich habe wohl keinen Grund, ihre Bitte abzuleben. Und wie könnte ich auch jemanden wie Monika etwas abschlagen? Amin. Amin. Äh. Klar, ich kann mir das ja mal ansehen. Ah, wunderbar. Du bist echt lieber und wusstest du das? Äh, es ist echt keine große Sache. Sollen wir dann gehen? Ich werde einfach ein anderes Mal nach den Sachen suchen. Du bist jetzt wichtiger. Und das war also der Tag, an dem ich meine Seele an Monika und ihr unwiderstehliches Lächeln verkauft habe. So bin ich auch seit 10. Februar 2018. Während des gesamten Heimwegs springen meine Gedanken zwischen den drei Mädchen hin und her. Natsuki, Juri und natürlich Monika. Werde ich wirklich glücklich sein, nach dem Unterricht täglich in einem Literaturclub abzwingen? Hä, möglicherweise bietet sich ja die Chance, einem der Mädchen etwas näher zu kommen. Also gut, ich muss das Beste aus der Situation machen und das Glück wird mir sicherlich hold sein. Und alles beginnt wohl mit einem Gedicht, das ich heute Abend schreiben muss. Oh, Spezialgedichten, ja. Ja, lass mich mal hier kurz speichern, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.